hallo und herzlich willkommen bei mein neues video hausflipper heute mache ich mal eine längere folge und dann schauen wir mal mal sehen was da jetzt gibt es so natürlich erst mal tüten Gehen wir jetzt den Levy an. Notwendiges, weil das bald Badezimmer und Weg steht. Jemand muss sich der Wand annehmen. Befreie mich von diesem schlechten Gefahr. Na? Unsere Oma, die lange Zeit bei uns gelebt hat, ist vor uns gegangen. Ihr Zimmer steht nun seit viele Monaten leer, weswegen wir uns mit einem Mann beschlossen haben, um zu kommen. Bei meinen Träumen von einer Werkstatt, ich würde gerne ein zweites Bad haben. Denn wir haben trotzdem ein großes Haus und nur ein Bad. Unsere Kinder werden älter und so ist es manchmal schwierig, morgens ins Bad zu kommen, da es ständig besetzt ist. Gefahren Sie bitte alle Sachen von Oma und bauen Sie eine Trennwand. Das erste Bad befindet sich über dem Zimmer von Oma, also sollte es kein Problem sein, auch hier eines zu regnen. Ich möchte, dass das neue Bad praktisch und schick ist. Was? Waren wir. Das kriegen wir hin. So. Ach, wir sind ja schon da. Wir sind ja schon da. Und dann. Und dann. So. Wir sind ja schon da. Wir sind ja schon da. Wir werden natürlich. Wir sind natürlich da der Eingang sein. Das ist okay. Oh, yes, das ist okay. Das ist okay. Dann haben wir das gemacht und wir das wünschen. Wollte ich schon sagen. Kann man das auch irgendwie? Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. So, second, second, second. Das ist okay. 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 Ja, ja. So, will ich aber erstmal anbauen. Das ist okay. 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 Ich bin da auf der anderen Seite. So. So. Dann gucken wir mal. So. Dann gucken wir mal. Dann guanchen. Anneg Panda foi testud construe. Okay, jetzt sind wir hier. So, dann. Das habe ich ja gar nicht. Gut, dann muss ich andere sein. Wenn ich das nicht machen kann. So, dann mache ich jetzt mal anstrengen. So. 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 Das war's. Das war's. Das könnte Dusche sein. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Zack. 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 Und nochmal das hier ran machen. Ja. Das war leider jetzt nicht von mir. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist ja nie. Das ist ja nie. Kann ja jedem auch passieren. Zack. 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 Die Schrauben fest mal. Das war's. 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 Okay. Mhm. Die Hand. Natürlich montieren. So. Ist auch erledigt. Das ist die Maschinen. Da, das ist. Okay. Es ist okay. Es ist okay. Es ist das gleiche. Es ist natürlich schon fest. Es ist auch natürlich fest. Es ist auch ein Abwasser. Okay. Okay. No. 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 Das ist sicher, wo ich doch geworfen spüren bin, die Luenze. Und auch noch spüren. Kein Problem. Und da. Zack, zack, angemacht. Zack, zack, zack. Das ist natürlich auch. Das ist ein. Das auch. Na. So. Na. Na. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das ist nicht so aber einfach. Zack. So, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr aber wollt, dass ich davon noch mehr mache, dann schreibt das bitte unten in den Kommentaren rein. Und vergesst mich nicht, kostenlos zu abonnieren und die Glocke zeigen, damit ihr nichts verpasst. Tschüss.